Okay. Nein! Es ist natürlich richtig asozial. Vor allem, den ich mir immer mit Kontrolle auch nicht zielen kann. Uuuuh und... Feuer! Weg hier! Gut. Gib mir Leben! Und lauf! Spring! Und... Schieß! Jetzt geht hier wieder weg. Denn das Ding wird... Gleich wieder hoch gehen. Ja, natürlich. Jetzt muss ich hier überall auf Zeit durchrennen, was ich ja so liebe. Liebe. So. Uuuuh. Okay. Oh. Das kommt gar nicht mal zu mir. Das ist ja natürlich richtig scheiße. So. Nein! Wieso? Wieso bin ich dann vorbeigesprungen? Wieso bin ich so richtig am... Ich bin glücklich. Ich hab's geschafft. Ich bin glücklich. Ich hab's geschafft. Die... Hier. Flasche. Oh. Das. Irgendwie... Irgendwie... ... ... ... ... ... ... ... Gib mir deine Rosen. Gib sie mir. Gib sie mir immer fest. Nein. Okay, es reicht den Rosen. Ah. Uh, und wir haben noch eine Erinnerung. Und es gibt ein Zeitspiel. Aber stimmt, ich kann das ja gar nicht gewinnen. Oh. Hallo. Au, ah. 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 Aua, ab vor den... Na, komm. Aua, den hab ich nicht gesehen. Das war... Schlecht. Hallo. Schlecht. 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 Ich habe es geschafft. Wie toll. Wie wir immer darauf rumreiten, dass ich den Zug verpasst habe. Das ist scheiße. Oh ja. Ich habe es zumindest geschafft. So. Das war die falsche Seite. Natürlich. Wieso sollte man ja auch auf die richtige Seite laufen? Da ging es durch. Oh. Kacke. Eins. Was ist das gerade passiert? Irgendwas hat sich geändert. Irgendwas hat sich geändert. Die unentdeckte Schuldige und der zu Unrecht Beklagte teilen ein ähnliches Schicksal. Gefängnisse und Ketten haben viele Gesichter. Tut mir leid, aber da kann ich gerade nicht drauf eingehen. Ich bin irgendwie mit Loch suchen beschäftigt. Sozusagen. Da ist mein Loch. Gut. Jetzt muss ich da durch. Ohne. zu sterben. Ach. Nein. Verdammt. Meine Lampe ist mir im Weg. Oh. Dahinter kann ich auch nicht den Lampen gehen. Das ist noch dörfer. Wieso kann ich das denn nicht? Hm? Ja. Schafft. Schafft. So. Hier bin ich auch schon mal richtig. Jetzt muss ich das Ding nur noch... ...treffen. Und jetzt da weiter gehen. Gut. Das schaffe ich hoffentlich auch. Boah. Das war mir irgendwie etwas zu knapp. Nein. Fahrt weiter. Ich werde hier kein Risiko eingehen. Ich habe keinen Bock, das Ganze nochmal zu spielen. Komm, liebe Puppets, zeige mir den Weg. Gut. Schön hier durchgelaufen. Gut. Hier passiert auch nichts. Und ich bin fertig mit dem Level. Wie schön. Dann kommen wir gleich ins nächste. Ich wollte eigentlich diesen Puppenmacher heute noch fertig spielen, muss ich sagen. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Ich weiß nicht, ob ich das hier überlebt. Das heißt, das ist ein bisschen mehr so, dass ich zu diesem L Gesicht verbelebt. Und ich bin ein bisschen besser. Ich bin ein bisschen mehr so, dasselbe wie gut, wenn ich mich verbelebiner. Und ich bin ein bisschen mehr so. Und ich bin ein bisschen mehr an der thaumat На-